In folgendem Tutorial erfahren Sie, wie Sie die Bedienungsoberfläche der Artemis Suite individualisieren, indem Sie Toolbindows frei nach Ihren Anforderungen anordnen. Zunächst können zwei Arbeitsbereiche unterschieden werden. Der Bereich in der Mitte dient der Darstellung von Projekten und Dokumenten wie zum Beispiel Analyseergebnisse im Data Viewer. Um diesen Dokumentenbereich befinden sich im Moment einige Tool-Windows, wie der Head Navigator, der Player oder die Properties. Die Anordnung der Tool-Windows kann beliebig verändert werden. Sobald ein Tool-Window per Drag-and-Drop verschoben wird, erscheinen unterschiedliche Docking-Symbole. Bewegt sich die Maus auf eines der Symbole, erscheint eine blau markierte Fläche, in der das Tool-Window bei Loslassen der Maus platziert wird. Verwenden Sie eines der Symbole am Bildschirmrand, erscheint das Tool-Window über den gesamten Bereich der Oberfläche der Artemis Suite. Platzieren Sie ein Tool-Window an den Rand des Dokumentenbereichs, indem Sie das Docking-Symbol in der Mitte verwenden. Bewegen Sie ein Tool-Window im Bereich eines anderen Tool-Windows. Das Symbol erscheint erneut und Sie können Tool-Windows miteinander verbinden. Mit dem Viereck des Docking-Symbols können Sie Tool-Windows auch übereinander legen. Am unteren Ende des Tool-Windows erscheint nun ein zusätzlicher Reiter. Durch das Anwählen der Reiter erreichen Sie nun die unterschiedlichen Tool-Windows. Verwenden Sie das Viereck des Docking-Symbols im Dokumentenbereich und das Tool-Window erscheint losgelöst von der restlichen Bedienungsoberfläche und kann frei platziert werden. Wenn Sie bestimmte Tool-Windows nur selten verwenden, bietet sich die Funktion Auto-Hide an. Aktivieren Sie diese Funktion mit einem Klick auf das Nadelsymbol in der oberen Leiste eines Tool-Windows. Bewegen Sie die Maus aus dem Bereich des Tool-Windows und das Fenster verschwindet. Bewegen Sie die Maus zurück an den Rand, erscheint das Fenster wieder. Speichern Sie die Anordnung der Tool-Windows mithilfe des Files rechts neben dem Symbol Custom-Layout. Verändern Sie Ihre Anordnung und kehren Sie jederzeit durch einen einfachen Klick auf das Custom-Layout-Symbol zu Ihrer gespeicherten Anordnung der Tool-Windows zurück. Mithilfe der anderen Symbole können Sie weitere Standard-Layouts aufrufen. Damit haben Sie einen Überblick der Anordnungsmöglichkeiten von Tool-Windows bekommen und können die Bedienungsoberfläche der Artemis Wied Ihren Anforderungen entsprechend anpassen.